Wir sehen nicht nur Farben, wir erleben sie. Farbe trägt maßgeblich dazu bei, unsere Welt schöner zu gestalten. Dies ist nirgendwo zutreffender als bei den Mode- und Einrichtungshäusern. Farbe schafft Lebendigkeit, Dynamik, Emotion, Sinnlichkeit, Raffinesse, Balance, Betonung, Ausdruck. Ohne die richtige Beleuchtung kann selbst die spektakulärste Mode langweilig und unattraktiv aussehen. Holen Sie aus Ihrem Modegeschäft das Beste heraus mit CLE Shoplight Systeme. Optimiert für Philips MasterColor und MasterColor Elite. Raffinierte Lichtinstallationen bringen ideale Lichtbedingungen. Rücken Sie Ihre Ware ins perfekte Licht. Trends in der Mode entstehen und verschwinden wieder. Nur die Farbe verliert nie an Attraktivität. Philips MasterColor Lampen und Cardan Light Europe. Shop-Beleuchtungssysteme der Zukunft. Lighting Up Fashion Retail www.cardanlight.com Cardan Light Europe Megastores Wir beleuchten die größten Möbelhäuser Deutschlands. Bis zu 250.000 Quadratmeter in nur drei Monaten. Installation von 48.000 Quadratmeter für Porta Aachen, 28.000 Quadratmeter für Porta Barkhausen, 40.000 Quadratmeter für Porta Bornheim und 25.000 Quadratmeter für Möbelkranz sind unsere eindrucksvollsten Referenzen. www.cardanlight.com Ach트 Ephraim J attitude die das corazón Transoyu